Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir gehen im Prinzip immer gleich vor. Es war schon die 3000er Patrouille, die wir durchgeführt haben in diesem Jahr. Wenn neue Wege eingemessen werden müssen, zunächst ist unser IOD-Team dabei und prüft, ob Minen auf der Straße sind. Dann werden die ersten Patrouillen die Gegend erkunden und anschließend wird es eingemessen. Aber auch bei einer IOD-Erkundung ist immer ein gewisses Restrisiko vorhanden. Am Donnerstag, kurz nach 13 Uhr afghanischer Zeit, ist ein Team von uns im Südbereich des Lagers unterwegs gewesen, etwa 15 Kilometer südlich, Kempwehrhaus. Es war ein Team, das die neue Straße einmessen sollte. Und dabei ist das zweite Fahrzeug, das leicht versetzt zum ersten Fahrzeug, unterwegs war, mit dem Hinterrad auf eine Mine gekommen. Und dabei ist das zweite Fahrzeug, das ist ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team.